Profix Hair Food enthält natürliches Olivenöl und Ginseng und hilft so aufstrapaziertes Haar intensiv zu pflegen. Schon nach einer Anwendung ist das Haar geschmeidig und gepflegt. Einfach Profix Hair Food in das Haar einmassieren und Kopfhaut und Haare werden gleichermaßen gepflegt. Juckreiz auf der Kopfhaut wird dank Profix Hair Food gemildert und das Haar intensiv gepflegt. Intensive und schonende Pflege dank natürlicher Inhaltsstoffe für perfekt gepflegtes Haar. Das Profix Hair Food.